Aus dem Sauerland, Leo Oma Albus, bitteschön! Hey! Haha, yeah! Na wens! Herr Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks, es war schon immer und immer so, Kindermund tut Wahrheit kund. Auch wenn das Kind, jetzt sagen wir mal, kein richtiges Kind mehr ist, sondern nur ein Erwachsener, der das kindliche Bedürfnis hat, der Mama mal eine Wahrheit zu sagen. Und auch wenn die Mama jetzt keine richtige Mama ist, sondern nur eine Wunschmama. Ja, ihr ahnt schon, wovon ich spreche. Ich spreche von unserem Angler, von unserer Kanzlerette, die ja tatsächlich auf ihre weit fortgeschrittene Jugend jetzt endlich auch noch Mama geworden ist. Und das alles ohne zu pressen. Und ohne den oft eher unerfreulichen Zeugungsprozess. Ja, ich meine, als der erste syrische Flüchtling das ausgesprochen hat, was tausende von syrischen Adoptivkindern für sich gedacht haben, da war es amtlich. Der Zweitnamen von unserem Angler ist Maza Merkel. Das klingt so schön. Maza Merkel. Da gab es doch auch mal dieses wunderschöne Beatles-Lied. When I found myself in times of trouble, Maza Merkel comes to me. Und jetzt kommt aber erst der Message an sie mal. Speaking words of wisdom, let it be he. Jawohl. Und dieses let it be, das ist ja im Grunde so was wie so ein Lebensmotto von unserem Angler. Weil wenn wir ehrlich sind, so musste ja zu ihrem Heiligenschein regelrecht hingetragen werden. Wie der Schaf, sagen wir mal, zur Schafschuhe. Ja, das hat doch ganz so weile gedauert, bis sie sich in dem ein oder anderen Flüchtlingsheim hat blicken lassen. Aber sie hatte doch auch so wenig Zeit. Sie war doch so damit beschäftigt, Griechenland kaputt zu retten. Ja, da hätte sie fast ihren Einsatz als Flüchtlingsmama verpasst. Ja, aber jetzt ist sie Mutter von einer riesigen Kinderschar. Und es geht ihr genauso wie allen Müttern dieser Welt. Wir Mütter, wir können es keinem recht machen. Wir sind immer an allem schuld. Wir haben unsere Kinder nicht gescheit erzogen. Wir haben zu viele Kinder. Wir haben Kinder mit den falschen Vätern. Ja, als Mutter ist es schwer. Und man hat Neider. Das Angela doch auch. Hier, den Horst Seehofer. Diesen engen Freund von diesem ungarischen Zaunkönig. Ja, der Horst hatte immer schon darauf hingewiesen, dass sich bei uns in Deutschland tendenziell die ganz falschen Menschen vermehren. Ja, deswegen hatte er doch seinerzeit mit einer persönlichen, außerehelichen Spermaspende versucht, dagegen zu lenken. Und das ist ihm in seinem fortgeschrittenen Alter bestimmt alles andererseits. Einfache Fall. Das musste er sich doch im letzten Schleudergang rausgedrückt haben. Aber da war ihm kein Opfer zu groß, da hat er gedacht, nein, komm, mit gutem germanischen Sperma, da darf man nicht geizig sein. Ja, und jetzt? Haha, jetzt haben wir den Salat. So schnell kann sich ein Seehofer den Hosenstall gar nicht zumachen, wie jetzt ganz Deutschland überschwemmt wird mit einem Meer von unüberschaubarem fremden Genmaterial. Ja, und im Nullkommanix wird aus der guten deutschen Leitkultur eine schwächliche deutsche Mitleidskultur. Und wer ist letztlich für diese ganze Misere verantwortlich? Horst, jetzt hör mir mal ganz gut zu. Verantwortlich sind letztlich die Nazis. Hier sicher, wenn die am rechten Rand der Gesellschaft nicht so unglaublich Randale gemacht hätten, dann hätte es Angela schön weitermachen können, was sie so gut geübt hat, nämlich gar nichts. Und es wären nicht so unglaublich viele Deutsche in diesen Willkommenskulturwiderstand gegangen. Deswegen, ihr Seehofers dieser Welt, merkt euch vielleicht einfach mal, eine deutsche Spermaspende an sich reicht nicht aus. Manchmal ist es auch ganz günstig, wenn der Sperma später dann auch denken kann. Ja. Aber fürs Angela ist das jetzt eine ganz komfortable Situation. Weil sollte sie jetzt tatsächlich politisch über ihre multiple Mutterschaft doch noch zu Fall kommen, dann braucht sie nicht zurücktreten, dann geht sie einfach in Mutterschutz. Das nennt man eine Win-Win-Situation. Tschüsskes. Ihralt was. Hey! Bernd, Vielen Dank.